hallo und herzlich willkommen zurück hier bei spiele pecky zu einer weiteren folge und transport fever 2 der kampagne modus wir sind weiterhin noch daran unseren zirkus zu beliefern mit baumstämmen das haben wir letztes mal noch eingerichtet und wir lassen jetzt ein bisschen schneller laufen denn momentan müssen wir nur warten bis die ganzen güter beliefert werden die einnahmen sehen natürlich auch rosig aus auf das müssen wir gar nicht achten wir haben für das genug kohle denke es werden noch viel schwieriger kampagne kommen der schwierige grad wird sich ziemlich sicher erhöhen wir sind ja auch erst in mission 5 oder 6 steht nicht 5 oder 6 sind jetzt was hat er geliefert und noch einiges an steine 56 kanal liefern aber gleich die 56 also der jungen ist fertig bei dem reicht noch nicht ganz hier war gleich die 56 ja aber schon auch sicher der stück fehlen noch die kommen gleich nachher und wie sieht es mit den baumstämmen aus werden da auch fleissig baumstämme produziert jawohl auch das scheint zu funktionieren aber die war noch hauptsächlich leer hier das gar keine nach hinten gefahren super müssen noch ein bisschen länger warten aber der hier oben er müsste jetzt dann fertig sein da kommt auch schon das gefällt mir irgendwie noch ein bisschen hier wenn wir noch neue fahrzeuge für die nächsten aufgaben wahrscheinlich auch er hat sich ja wieder full aus hier ja klar doch er gut sehr gut dann haben wir den jahr als auch fertig dann müssen wir jetzt nur noch warten ist die kollegen baumstämme geliefert haben der erste ist auch schon nicht unterwegs noch was haben wir die baumstämme die haben sich aber nicht so schön verteilt hier was wie viele leute haben wir denn hier 25 ok wer auf blabern da warum stimme zum zirkus okay das läuft immer noch das ist der zweite auftrag dann und jetzt haben wir hier noch dritte baustelle beliefern es als schaffe ich muss doch mal kurz langsam machen nicht dass wir was vermasseln beliefer die dritte baustelle mit stein und stahl so und jetzt haben wir das erste nein wir haben kein dilemma wir können hier rein fahren wir können nur hier nichts bauen okay also wie machen wir das wir brauchen noch schiffe ganz einfach da heißt wir bauen hier noch eine weitere linie das ist dann ja da mal schief stein weil der muss ja der stein hier hin und her transportieren ständig verschwindet material von den baustellen kargo brauchen wir aber wir haben auch nur kargo wir brauchen denn 60 nehmen wir hier ein schiff und erreichen und schicken wir gleich auf die linie weil liefern kann der ja weiterhin ich habe da nur kein kein ablage ort jetzt oder merkt dieses schiff hier doch ich habe den anschluss hier aber wo lagert er das ganze jetzt die frage die baustelle sind geliefert den auftrag haben wir das lassen wir mal so ja ja lasst ihr zeit nur nicht so geschwind habe ich doch hier noch den falschen erwischt ich muss hier stein bringen okay und den stein nachher nachher nach hier unten beliefern das heisst wir brauchen hier eine weitere linie nein haben wir das passt wir brauchen einfach einen weiteren zug brauchen weiteren zug den holen wir gleich von da hinten zuerst machen wir noch die linie und da nach hinten die nennen wir zug stahl stein und jetzt muss ich aber hier brauchen noch stahl das heisst den brauche ich auch noch die brauche ich nicht mehr ich könnte eigentlich den hier verwenden gleich ja also die linie ist jetzt für nix gewesen lösch die wieder lösch die linie wieder ich nehme diese hier und erweitere um und dann wieder zurück jetzt ist nur die frage was hat was hat der möglichkeiten von den wagons was hast du ihr wagen zeug ihn sehe ich nicht genauer fahrzeug verwalten das sehe ich aber mehr sehe ich dann auch nicht doch das müsste ich doch sehen wählt das fahrzeug ändern hier ich habe hier bei dem ich will ja nicht ich will ja nicht hier sag mir doch einfach was ich für wagen darauf habe wäre am einfachsten glaube die sind sie ja jetzt brauche ich aber noch bestehen das heisst wir nehmen hier zwei weg nein wir nehmen nur die weg und dann kaufen wir uns dann nochmals 1 2 3 4 und ändern das ganze er war das heisst jetzt nimmt daher stahl mit hier nimmt er dann hoffentlich stein mit wenn dann der kollege stein mitbringt überhaupt wenn der müsste aber auch ein stahl mitnehmen nicht nur stein so viel es mir ist erwartung habe ich denn jetzt schon wieder hier nicht ins depot schicken genau setze gewählt das fahrzeug so was kannst du kannst alles so an mann mann gibt sicherlich noch einfache wege müsste das jetzt aber so funktionieren der fährt jetzt auch dann bereits nach dahinten das ist gut und lässt er auch stein da das ist jetzt die frage ich sehe da gar keinen stein liefert der stein liefert der aber der hat kein stein das könnte sein dass der nur hierher liefert werden jetzt mal schnell schauen was er beim nächsten mal macht der stein liegt hier ganz bestimmt nicht und jetzt haben wir hier einen langsamen zug dann könnten wir vielleicht doch nochmals überarbeiten dass wir hier dass wir den ersetzen ersetze gewähltes fahrzeug durch ersatzfahrzeug ne warum kann ich den nicht einfach direkt ersetzen lohnen ändern und den hier nehmen wir weg nehmen da etwas schnelleres 60er der 64 hierher nehmen wir den und da ist immer noch gut hier gut ändern wir das dann bei der nächsten halte ändert sofort naja gut so und du kommst mit viel stein ah voilà jetzt ist auch stein da das funktioniert ja gut wo jetzt haben wir hier noch steine und schamanen der nächste quest ist hier unter dessen eingetrudelt der schamanen ist auf einem berg im südosten zu finden ja jetzt wäre das thema wieder wo ist süden wo ist norden in den irgendwelche gebäude angeschrieben wir haben ja gar keine übersicht aus süden was norden ist aber hier unten haben wir das fragezeichen da hat uns das vereinfacht grabe die edelsteine aus steine sollen am steigsten haben im südwesten zu finden sein ok dann nehmen wir das terraforming und knallen hier mal die größe das ist das grösste oder werke größe was ist eine rotation ich habe noch nie verwendet steiligsten ort alles runterholen hier ist ja auch fast gratis was wir die fps hier zusammenbricht ach bitte die edelsteine aus doch schon am richtigen ort da hier hinten hat es noch mehr wenn nur die kohle reicht ja auch im richtigen ort bin aber ist krass das hier das ist kein grösseres werzeugtool gibt ei 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 danach habe ich keine kohle mehr also tippie zählt eine am steigsten hang im südwesten zu finden sein nicht dann tatsächlich noch im falschen ort müsste ich den ganzen spielstand dann wieder laden wenn ich hier falsch wäre das sieht irgendwie auch danach aus in ihrem falschen ort steigsten stelle hier so ein quatsch wie sie fliegt neben quest einen ganzen berg immer schnell platt gemacht gibt es denn hier keine war nein lieber nicht so das ist dann schön machen das ganze alles geld weg keine ahnung wo die jetzt wieder sind so ein schwachsinn die steine soll am steiligsten hang im südwesten finden sein ja das war hier der höchste berg auch der steiligste er ist nicht so steil nö aber kohle ist jetzt weg ach nee du naja gut dann lassen wir den halt weg keine ahnung wo der jetzt ist ich habe kein kohle mehr er kann irgendwo jetzt sein aber halt nicht da wo ich jetzt gesucht habe er könnte natürlich auch hier liegen wäre auch möglich aber bei den würmern da hat es auf einmal zugeschlagen aber hier nicht nicht mehr genug geld aus vorbei nicht dass ich da noch konkurs gehe jetzt wegen dem schrott hier wir lassen hier wieder schneller laufen lassen wir den halt weg ist ja wurscht so wie sieht es hier unten aus was wurde denn bereits geliefert aha hat er geliefert bis jetzt erst stahl stein liegt hier stein liegt hier und zwar 56 ok das kommt als nächstes dann auch mit da kommt sogar noch mehr stein das ist gut gut wir können hier dann immer noch darlehnen machen im notfall was wir jetzt das ganze vermasseln sollten weil wir jetzt da alles ausgegeben haben aber dann ist er halt jetzt fehlgeschlagen aber dann ist er halt jetzt fehlgeschlagen größere und stärke von terratus kann verändert werden ja das haben wir auch gemacht aber das hat trotzdem nicht wirklich viel gebracht wir haben es nicht finden können wo das teil hier genau ist ist nicht am höchsten gewesen sondern dort wo es am steilsten gewesen sein sollte das stein sollte die steine sollten am steilsten hang im südwesten also hier war es ja hier hinten wäre es auch noch steil aber da war das fragezeichen ja nicht naja egal so wie sieht es aus hier yes stahl fast voll wir könnten natürlich auch noch einen mehr nehmen oh aber die kohle geht drauf also wir machen da schön plus hier vielleicht können wir doch noch ein bisschen terraforming dann betreiben ja sie liefern natürlich auch einiges er hat ja auch jedes mal voll da liegt auch genügend genau die 56 der kann 70 liefern hier liegt genügend stein hier liegt genügend stahl ja so schnell ist das auch gar nicht und der hat wieder abgegeben krass ja der bringt kohle rein das ist gut hier sehr schön sehr schön sehr schön da haben wir bald das nächste mal haben wir ihn stein noch nicht da müssen wir dann nochmals fahren jetzt haben wir wieder ein bisschen kohle wir können da wieder suchen das lassen wir jetzt wieder keine ruhe hier aber wahrscheinlich suche ich im falschen ort das fragezeichen war ja hier irgendwo hier noch ein bisschen ne nicht wirklich kein kohle mehr gibt auch hier keine weiteren hinweise nicht aber wieder mit filter oder wäre fast einfacher gewesen auch hier sieht es ja aus du doch nichts gefunden wenn hier hätte man noch eine möglichkeit das ist nur der höchste aber nicht ja nein das ist nicht dort das ist nicht dort was wir denn da genau steine am stein im südwesten wenn wir hier schauen dann ist es ja hier ist süden ah südwesten aber hier es war das fragezeichen also habe ich schon schwer der verdacht dass es hier irgendwo sein muss dann haben wir sowieso keine kohle mehr müssen wir da warten bis hier oben ist er so jetzt gibt es dann wieder einen rechten batzen da genau gesagt es gibt sechs über eine halbe million ja dann sind wir wieder oben der hat auch gleich abgegeben schon haben wir wieder eine million ist terraforming wo der herr wo ist es denn keine ahnung und es gibt auch nicht wirklich irgendwo an den link dazu einfach mal grabe die edelsteine aus und am steinigsten hang im südwesten naja das hatten wir so gekämpft ja die ganze zeit dass wir die sachen hinkriegen und jetzt bleiben wir an so einem mist hängen es muss doch hier sein es wird auch nicht da sein aber der steiligste hang gut jetzt habe ich die hänge selbst steilig gemacht kann auch die bäume halt nicht wirklich weg nehmen oder schon bäume kann man nicht entfernen also doch schon entfernen aber einfach ausblenden das kann man nicht wie weit sind wir hier den ersten haben wir der nächste kommt auch sogleich ein und dann haben wir den hier zumindest diese aufgabe dann haben wir was wir als nächstes tun müssen dann haben wir alle drei baustellen beliefert aber hier unten hatten wir noch nichts zu tun also es geht hier sicherlich noch weiter kriegsmaterial etwas kommt sicherlich auch noch ins spiel weil das haben wir noch nicht angehört das dorf da genau ja und jetzt kommt noch das kriegsmaterial transportiere kriegsmaterial vom lager bei sowieso na zum lager von ja ok das bedeutet hier haben wir ein schiff hier verwenden wir noch einen zogen weiteren und da machen wir eine zweite schiene wir haben ja noch oder wir haben wieder hole joa machen wir alle etwas ganz doofes was ich sonst auch nie machen würde komm nee was machst du denn du da hä ich habe ihn nicht erwischt ok snapst du da mal eben ah rückenpfeiler kollision na so ein Mist jetzt bist du wieder unten was soll denn der quatsch hier wieder brückenpfeiler kollision der will hier einfach nicht wirklich von brücke auf brücke ah oh bin ich da ein bisschen weggekommen ah nee das klappt einfach allgemein hier nicht mach ich es anders mach ich es anders mach ich es anders ja so etwas hier sieht auch nicht originell aus aber könnte funktionieren ja ja so zweispurig ui 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 aber die kohle meine güte so dann lassen wir ich hoffe der transportiert noch ein bisschen sonst müssen wir Darlehen machen so gehen wir da rein jawohl gut ja ja gibt er noch ab hier die Baustellen brauchen keins mehr oh jetzt haben wir uns dann noch in ruin du also drücken wir mal pause her sonst sind wir dann wirklich im ruin also du kannst ja auch was kannst du denn auch noch alles hier transportieren aha aha du transportierst genau solche Sachen nicht wir müssen jemand haben der Kriegsmaterial transportiert und wenn nicht die Schiffe wer dann sonst da liefert keine solche Sachen hmmm wie liefert denn liefert denn jemand von hier Cargo ja hier musst du mir aber nicht sagen dass ich hier ne ne Brücke rüber ziehen muss na geht's denn noch ja ist der fast gratis dann ne ja aber ja 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 jetzt ist der Bereich hier aufgehoben mhm dann ist ja gut dann habe ich ja nichts gesagt das habe ich jetzt nicht beobachtet das bedeutet der kommt hier rein der bedient nur diese Linie passt ja also hätte man zuerst mal hier das ganze analysieren müssen also wir kommen von hier und düsen nach hier unten klappt das oder klappt das eben nicht nö klappt eben nicht wir müssen hier noch das erste mal mit diesem Teil hier etwas machen kein Kohle bei mir einfach mal so viel ich will oh es ist ein tutorial egal eben nicht ein tutorial die Kampagne ist ja wurscht so und dann können wir der Linie hier sagen dass du von da noch zwischen da durch musst und du kannst hier genau das würde dann wieder funktionieren da muss ich aber hier noch ein Signal hinklatschen und hier vorne ebenfalls halt so muss ich auch ein Signal hinklatschen aber das würde bedeuten wenn der ja das gibt wieder mal etwas würde ich auch so im Vereinsspiel nie machen aber müssen wir halt jetzt so schauen wir uns mal schnell die Linien an jawohl hier kommen beide durch beide kommen hierher und der braune fährt weiter der braune fährt hier durch und hoffentlich stört hier niemanden machen hier noch eine äh äh so der mit dem Stein den können wir eigentlich dann gleich übernehmen oder wo er jetzt auch immer wieder ist wo ist denn der ja er müsste hier hier ist er so den könntet wir jetzt um äh umlenken auf die andere Linie auf diese Linie auf diese Linie hier genau das hat auch funktioniert oder Linie jawohl da ist er schon äh du brauchst aber neue Wagen oh wir haben schon die Zeit überschritten jawohl äh und zwar machen wir das hier löschen da alles raus und geben dir ein bisschen Kriegsmaterial mit wieviel brauchen wir denn? 150 gut dann machen wir 56 dann musst du da dreimal fahren ok ändern und den Rest dann wir da wieder zurück ganz zum Schluss fangen wir dann nochmals an den Nebenquest zu suchen so aber wir machen jetzt hier einen Cut hier gut nächstes Mal machen wir noch weiter werden hoffentlich das fertig machen können äh und wir suchen noch ein bisschen weiter mit diesen Edelstein Teilern ja die müssen ja irgendwo hier sein also ansonsten lassen wir halt das dann wirklich weg aber irgendwo hier müssen diese Teile versteckt sein gut also ich danke euch für das Zusehen hoffe es hat euch Spass gemacht hier wieder mal beim Graben äh obwohl wir nicht erfolgreich waren und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder ich verabschiede mich euer Pecky bye bye